So, dann wollen wir mal beginnen. An sich erstmal ein gutes Match. Level 9er das höchste, aber das können wir alles durchschlagen. Dann sind wir jetzt gerade erstmal Angreifer. Okay, dann fahre ich hier auch direkt den Berg hoch. Hm. Ja, das geht. Das geht. Los geht's. Ich bin begeistert hiervon. Bin sehr begeistert. Ich bin begeistert hiervon. Ich bin begeistert hiervon. Fahren wir diesen Hügel hoch, das sind so immer diese spannendsten Momente in dem Spiel, wenn du einfach nur mit deinem Tank erstmal an die Front fährst, nur um dann direkt zu sterben. Wartet auf mich, eventuell brauche ich auch noch gleich ein paar Punkte. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wirkungstreffer! Kritische Treffer! Kälte wurde getroffen! Sie kann jeden Moment reißen! Wirkungstreffer! Solche Städtungsgefechte sind teuer in den Zugang. Junge! Das könnte man sogar ganz gut gewinnen, ne? Wirkungstreffer! Unser Munitionslager wurde getroffen! Na sicher! Was kann da sonst getroffen werden? Wirkungstreffer! Und geil! Wirkungstreffer! Wirkungstreffer! Bis jetzt läuft es, ne? Zu schade, aber leider noch keinen Kill. Aber was nicht ist, kann ja noch werden! Wirkütteln ja umfasseln! Wirkütteln wir jetzt oder töten wir? Gute Frage, ne? Den werden wir nicht kriegen. Alter. Ist da hier schon der Nächste? Der Neopart-Prototyp A. Hey, wir haben gewonnen. Ich hab gewonnen. Das lief doch jetzt mal gar nicht so schlecht. So für den ersten... Also so als Einstieg. Da haben wir den Tiger 2 ein bisschen Schaden gemacht. Dem Jagdpanther Schaden gemacht. Dem Tiger. Kette und... Ja, Kette. Ja, ein bisschen langweilig. Äh. 14.000 plus 1.400 Erfahrung. Das geht sogar. So, dann war das für das erste Mal hoffentlich gar nicht so schlimm. Und ciao.